Die Plünderung Roms durch überwiegend westgotische Krieger unter Allerich erfolgte vom 24. bis zum 27. August 410. Dies war die erste Einnahme Roms seit dem Einfall der Gallier rund 800 Jahre zuvor. Das Ereignis bedeutete einen auch von Zeitgenossen wie Hieronymus Augustinus und Orosius intensiv diskutierten Einschnitt in der Geschichte Roms. Das Geschehen erschütterte das Vertrauen in die weströmische Regierung tief und die Plünderung beschleunigte den Abstieg der Stadt Rom, die bereits seit fast einem Jahrhundert keine ständige Kaiserresidenz mehr war. Obwohl kaum gesicherte Nachrichten über den Verlauf der Ereignisse vorliegen, beschrieben zahlreiche Autoren die Westguten im Anschluss an Augustinus und Orosius als vergleichsweise gesittete Plünderer. Die Roms heilige Städten schonten, dass Kirchenasyl respektierten und frommen Römerinnen kein Leid zufügten. Allerdings betonten einige Historiker, darunter Edward Gibbon und Ferdinand Gregorovius, dass die Bewohner der Stadt die Eroberung Roms durch Allerich sehr wohl als Katastrophe erlebt haben dürften. Im Gegensatz zu früher geläufigen Ansichten betonen viele heutige Althistoriker wie Michael Kulikowski und Guy Halsall, dass es sich bei den Ereignissen nicht um eine Eroberung Roms durch eingefallene Barbaren, sondern vielmehr um eine systematische Plünderung durch eine meuternde Söldnerarmee im Kontext eines Bürgerkrieges gehandelt habe. Geschichte Goten auf römischem Gebiet zu Zusammenstößen zwischen Römern und Goten kam es erstmals im Jahr 238, während der Reichskrise des dritten Jahrhunderts. Kaiser Claudius Gotikus gelang es im Jahr 269, Goten, die nach Illyricum und Pannonin eingedrungen waren und sich auf dem Peloponnes festgesetzt hatten, durch den Sieg bei Nessus für ein Jahrhundert aus dem Reich zu verdrängen. Einige Gruppen, wie die Terwingen, siedelten sich in Dakin an, einer Provinz, die Rom 271 aufgegeben hatte. Erst seitdem terwingische Goten unter Fretigern im Jahr 376 die Donau überschritten hatten, befanden sich ständig Goten auf Reichsgebiet. Aufgrund von Versorgungsproblemen wandten sich die Neuankömmlinge bald gegen die Römer und schlugen diese 378 in der Schlacht von Adrianopel. Vernichtend. Theodosius I., Nachfolger des in der Schlacht gefallenen Kaiserswalens, schloss 382 einen Vertrag mit den Goten und gestand ihnen, im Gegenzug, für militärische Unterstützung, Siedlungsgebiete südlich der unteren Donau, zu. Sie übernahmen im Gegenzug als Föderaten den Grenzschutz. Im Jahr 394 kämpften gotische Krieger als Föderaten in der Schlacht am Frigidus an der Seite des Theodosius gegen den Usopator Eugenius. Befehligt wurden sie von aller Richter spätestens seit dem Jahr 395 den später als Westgoten bezeichneten Teil der Goten anführte. Nachdem Theodosius Anfang 395 gestorben und durch seine jungen Söhne Arkadius im Osten und Honorius im Westen abgelöst worden war, entließ man die gotischen Krieger ohne angemessene Entschädigung. Daraufhin zog Allerich mit seinen Truppen plündernd zur Hauptstadt Konstantinopel, ließ sich aber durch Zahlungen des Praetorianer Präfekten Rufinus zum Abzug bewegen. Die von Stelichus, der als Vormund des Honorius das Westreich regierte, angebotene Hilfe schlug Kaiser Arkadius aus, da er dies als Angriff Stelichus auf seinen Reich steil wertete. Stattdessen musste Stelichus die oströmischen Truppen unter seinem Kommando wieder abgeben. Ellerich konnte daher ungehindert durch Griechenland ziehen und Athen einnehmen. Bis Stelichus im Jahr 397 erneut eingriff und die Goten in der Nähe von Olympia stellte. Arkadius reagierte auf diese Einmischung aus dem Westen, indem er Stelichus zum Staatsfeind erklären ließ und Allerich zum römischen Herrmeister erhob. Seine Krieger durften sich in Dakin und Makedonien niederlassen und wurden wohl von den Römern versorgt. Da das Ostreich nach dem Sturz des einflussreichen kaiserlichen Beraters Eutropius im Jahr 399 und dem Putschversuch des guten Gainers zu keinen weiteren Verhandlungen bereit war, wandte sich Allerich im Jahr 401 zum ersten Mal nach Italien. Auch Stelichus zeigte kein Entgegenkommen und schlug Allerich 402 in Schlachten bei Polentia und Verona. Die Goten zogen sich daraufhin für mehrere Jahre auf den Balkan zurück. Trotz dieser Erfolge fühlte sich Honorius in Mailand nicht mehr sicher und verlegte seine Residenz Ende 402 in das besser gegen Angriffe geschützte Ravenna. 405 akzeptierte er sogar den Herrmeistertitel, den Allerich von Arkadius erhalten hatte. Von nun an war Allerich Herrmeister des Weströmischen Reiches. Der Arianer Allerich war jedoch nicht der einzige gotische Anführer, der auf römischem Territorium operierte. Ende 405 fiel der heidnische Gotenfürst Radagaisus in Italien ein. Mit der Unterstützung gotischer Föderaten unter Sarus wurde er im Sommer 406 von Stelichus in der Schlacht bei Fesole besiegt und hingerichtet. Die Atempause, die Stelichus dem Westreich damit verschafft hatte, wehrte aber nur kurz. Am letzten Tag des Jahres 406 überschritten Germanen in großer Zahl den Rhein und verhehrten das römische Gallien. Stelichus, der nach dem Sieg über Radagaisus einen Schlag gegen das Ostreich geplant und bereits den neuen weströmischen Herrmeister Allerich nach Epirus vorausgeschickt hatte, musste in Italien bleiben. Dass er Allerich dennoch die für den Vorstoß nach Epirus versprochenen 4000 Pfund Gold bezahlte, nahmen ihm der Senat und wohl auch Honorius übel. Als nach dem Tod des Arkadius im Sommer 408 eine Meuterei gegen Stelichus ausbrach, wandte sich Kaiser Honorius gegen sein Feldherrn. Ein Offizier namens Heraklianus enthauptete Stelichus, der sich in eine Kirche Ravennars geflüchtet hatte. Nach Stelichus Tod und den anschließenden Ausschreitungen, denen zahlreiche Soldaten germanischer Herkunft und deren Angehörige zum Opfer fielen, schlossen sich viele seiner Anhänger Allerich an. Dennoch zeigte sich dieser zunächst zum Frieden bereit. Als Honorius nicht auf sein Angebot einging, belagerte er Rom, das zwar nicht mehr kaiserliche Residenzstadt, aber immer noch die größte Stadt des Reiches war. Erst nachdem er 5000 Pfund Gold, 30.000 Pfund Silber und weitere Wertgegenstände erhalten hatte, zog er Ende 408 wieder ab. Nun war zwar auch Honorius an Frieden interessiert. Allerichs Bedingungen, Ernennung zum obersten Reichsfeldherrn und Siedlungsgebiete für seine Krieger, wollte er jedoch nicht akzeptieren. Auch als Allerich seine Forderungen reduzierte, blieb der Kaiser unnachgiebig. Allerich belagerte Rom daraufhin Ende 409 erneut. Nachdem er in die Stadt gelassen worden war, ließ er den Stadtpräfekten Priskus Attalus vom Senat zum Gegenkaiser erheben. Attalus verlieh Allerich zwar wie gewünscht den Titel des Magister Utreus Kmelichie, wollte den Goten aber nicht die Provinz Afrika, die Kornkammer des Westreichs, als Siedlungsgebiet überlassen. Heraklianus, der inzwischen als Gomes Afrikae die Truppen der Provinz befehligte und sich gegenüber Honorius loyal verhielt, stoppte unterdessen die Getreidelieferungen nach Italien. Da sich Attalus als nutzlos erwies, wurde er deshalb Anfang Juli 410 wieder abgesetzt. Neuerliche Verhandlungen zwischen Honorius und Allerich wurden durch Sarus, vielleicht war er ein alter Rivale Allerichs, hintertrieben, der den vor Ravener wartenden Gotenführer angriff. Allerichs Heer plündert Rom Allerich, dessen Krieger bereits hungerten, war unter diesen Umständen in seiner Rolle als Heerkönig nicht bereit, weiter zu verhandeln und kehrte nach Rom zurück, um die Stadt ein drittes Mal zu belagern. Wie bereits 409 wurde ihm schließlich Einlass gewährt. Am 24. August 410 wurden seine Männer in die Stadt gelassen. Angeblich wurde von einer Aristokratin namens Proba oder von zu diesem Zweck eingeschleusten Sklaven die Porta Salaria geöffnet, durch die Allerichs Truppen in die Stadt strömten. Es ist aber gut möglich, dass dies spätere Erfindungen sind, die die Katastrophe erklären sollten. Denn anders als im Jahr zuvor verweigerte Allerich seinen Männern diesmal nicht das Beutemachen. Drei Tage lang plünderten sie die ewige Stadt. Die zahlreichen Kirchen und die Menschen, die sich darin aufhielten, wurden von den Kriegern geschont. Der Quellenwert der Anekdoten, mit denen verschiedene spätantike Autoren zeigen wollten, dass Allerichs Goten vergleichsweise gesittet plünderten, ist aber nach Ansicht mancher Forscher begrenzt. Als Allerichs Truppen Rom am 27. August wieder verließen, blieb wohl kaum etwas von Wert in der Stadt zurück. Auch zahlreiche hochrangige Persönlichkeiten, darunter Gala Placidia, die Halbschwester des Honorius, mussten die Stadt mit Allerich verlassen. Allerich hatte gesiegt, allerdings starb er nur wenige Monate später im kalabrischen Cosencia ohne Afrika erreicht zu haben. Acht Jahre nach seinem Tod erhielten die Westgoten schließlich Land in Aquitanien im westlichen Galien. Das Westgotenreich, das Allerichs Nachfolger dort errichteten, überdauerte das weströmische Reich seines Gegners Honorius. Die Stadt Rom erholte sich rasch von der Plünderung, wurde aber bereits 455 erneut geplündert. Die Stadt Rom erholte sich rasch von der Plünderung, wurde aber bereits 455 erneut geplündert.